In Wirklichkeit kann Liebe nie zu Leid führen. Wenn es schmerzt, ist es keine Liebe, ist es Verlangen, Wünschen, Haben-Wollen. Was ist Liebe? Liebe ist der natürliche Zustand unseres wahren Wesens. Also wir sind Liebe. Wir brauchen Liebe nicht lernen, müssen sie nicht üben. Aber als Mensch sind wir in einer sehr begrenzten Form der Liebe. Da steht Verlangen im Vordergrund, Bedürfnis, Befriedigung und so weiter. Das hat mit Liebe nichts zu tun. Solange wir in dieser menschlichen Form der Liebe sind, also in dieser begrenzten Liebe, was eben noch keine wahre Liebe ist, kann es eben auch zu Liebesleidkummer, zu Liebeskummer kommen, zu Liebesleid. In Wirklichkeit kann Liebe nie zu Leid führen. Wenn es schmerzt, ist es keine Liebe, ist es Verlangen, Wünschen, Haben-Wollen, was auch immer. Das heißt also, auch hier ist ein Entwicklungsschritt zu tun von der begrenzten menschlichen Vorstellung von Liebe zur eigentlichen Liebe. Und auch da brauchen wir eigentlich nichts ändern, weil das ist unser wahres Wesen. Wir brauchen uns also nur an uns erinnern. Und der wesentliche Unterschied ist, menschliche Liebe will haben. Wahre Liebe erfüllt sich im Geben. Deswegen gibt es da auch kein Leid, weil der andere kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Und dadurch gibt es keine Schwierigkeiten. Das Problem beginnt erst, wenn ich ihn haben will und wird meistens größer, wenn ich ihn bekomme. Und was ist der Unterschied zwischen Verliebtsein und wahrer Liebe? Verliebtsein ist eine Hilfe der Schöpfung auf dem Weg des Kennenlernens. Damit wir anfangs die Ecken und Kanten des Anderen noch nicht so spüren, sondern dass wir uns erstmal auf ihn einlassen, auf die angenehmen Seiten, die wir nur sehen, auf das Schöne. Aber das Verliebtsein ist kein Dauerzustand. Das ist nur ein Vorschuss auf die wahre Liebe. Es soll uns eben helfen, vom Verliebtsein, von der menschlichen Liebe, von der Begrenzung also, in die wahre Liebe zu kommen. Und dann löst sich das Verliebtsein auf. Und dann sollten wir inzwischen zur wahren Liebe erwacht sein. Und wie gehe ich denn nun mit Eifersucht um und wie gehe ich mit Enttäuschung um? Überhaupt nicht. Weil das sind nur menschliche Erfahrungen, die wir zwar machen, deswegen sind wir ja auch hier, aber die macht nur unser Erfahrungsinstrument. Bewusstsein kennt das alles nicht. Das heißt, es kann also nur in der begrenzten menschlichen Liebe vorkommen, wenn der Andere nicht meine Vorstellungen erfüllt. Wenn der sich anders verhält, als ich mir das vorgestellt habe, dann bin ich im Ich und dann leide ich. Und dann bin ich eigentlich in einer aussichtslosen Situation. Denn der Andere hat tausend Möglichkeiten, es anders zu machen, als ich mir das vorgestellt habe, als ich mir das wünsche. Das heißt, er hat tausend Möglichkeiten, mich zu enttäuschen. Und er hat nur eine einzige, das genau zu tun, was ich mir vorgestellt habe. Und dann bin ich auch nicht mal besonders glücklich, weil das hatte ich ja erwartet. Also in der menschlichen Liebe ist Enttäuschung eigentlich vorprogrammiert. Und Eifersucht heißt ja auch nur, ich will den haben und ich will seine ganze Liebe haben. Der soll nur noch mich sehen und nur noch Augen für mich haben und für mich da sein. Aber das ist unnatürlich, weil Liebe schließt niemanden aus. Wahre Liebe schließt alles ein. Und dann liebe ich sowieso natürlich meine Eltern, meine Kinder, meine Freunde, Schulkameraden, Arbeitskollegen. Und jeden liebe ich anders. Auch als Mensch kenne ich ja diese Unterschiede. Aber ich will also die ganze Aufmerksamkeit des anderen haben. Aber das ist unnatürlich. Der andere sollte wirklich seine Aufmerksamkeit im Leben haben und nicht nur auf mich gerichtet. Aber wahre Liebe erwartet das auch überhaupt nicht. Denn sie will ja lieben. Und der andere kann, egal womit er sich gerade befasst und worauf er seine Aufmerksamkeit richtet, der kann sein, wie er will. Das stört gar nicht, weil er kann mich ja nicht hindern, ihn zu lieben. Ich liebe ihn ununterbrochen, bin glücklich, alles ist in Ordnung. Aber der Mensch ist dann eifersüchtig, wenn der andere auch einen anderen oder eine andere liebt. Ja, das empfindet man als Verlust und so weiter. Aber das kommt im Bewusstsein ja überhaupt nicht vor. Das geht ja nicht, weil ich den anderen nicht als Besitz betrachte, sondern er ist mir so recht, ich liebe ihn so, wie er ist. Und da kann ein Problem überhaupt nicht auftauchen. Wie ist es mit Gefühlen der Einsamkeit und Angst vor der Einsamkeit? Geht es auch wieder nur im Menschsein? Und ist da auch wieder nur die Lösung, sich wieder zu identifizieren mit dem erwachten Bewusstsein? Es ist nur ein kleiner Schritt. Der Mensch ist nicht gerne allein. Dann fühlt er sich allein. Wenn Bewusstsein allein ist, ist es all eins. Und da ist nirgendwo ein Problem. Es ist eins mit allem und gelegentlich irgendwann tritt wieder jemand in meine Nähe und dann ist er mir näher als andere. Aber ich bin ständig im all eins sein und Einsamkeit kann da nicht vorkommen. Aber auch im Menschsein, wenn ich einsam bin und einen Partner vermisse, dann sollte ich mich fragen, warum vermisse ich denn einen Partner? Wieso mag mich denn keiner? Warum drängeln die sich nicht nach meiner Bekanntschaft und nach meiner Nähe? Also ich muss erkennen an der Einsamkeit, das liegt an mir. Ich bin nicht resonanzfähig, nicht so interessant für den anderen. Also ich muss erst einmal wieder zu mir erwachen, muss ein guter Freund sein, ein idealer Partner. Dann kann ich den idealen Partner überhaupt nicht verpassen. Weil dann werde ich resonanzfähig, wenn mein So-Sein eben ein idealer Partner ist. Dann muss nach dem Gesetz der Anziehung das Leben mir auch den idealen Partner schicken. Dann kommt Einsamkeit nicht mehr vor. Also eigentlich ist das eine Lektion. Nicht, ich will jemanden haben, der mich liebt, sondern ich bin nicht bereit. Also das Leben fordert mich auf einen Schritt zu tun, ein besserer Freund zu werden, ein idealer Partner. Und dann ziehe ich nach dem Gesetz der Resonanz den richtigen ganz von selber an. Ist die ideale Beziehung oder die ideale Partnerschaft immer so vom Universum orchestriert, sage ich jetzt mal, dass sie sehr gegensätzlich sind, um sich in der Ebene des Menschseins zu vervollständigen, nicht vollkommen zu sein, aber zu vervollständigen? Ist das immer das Ziel dieser Partnersuche und des Partnerdaseins? Wir brauchen beides. Wir müssen genügend Übereinstimmung haben, genügend Gemeinsamkeiten, um miteinander leben zu können und genügend Unterschiede, an denen wir wachsen und reifen. Und diese ideale Mischung, die findet das Leben. Aber das Ich mag diesen einen Teil gar nicht. Das mag nur den angenehmen Teil. Das will einen, mit dem es nur schön ist. Aber das ist nicht der Sinn einer Partnerschaft, schön zu sein, angenehm zu sein, sondern beiden zu helfen, bewusster zu werden. Und das braucht eben auch Unterschiede. Und wie sieht eine erfüllende Partnerschaft im Alltag aus? Indem man die Gemeinsamkeiten genießt und indem man die Unterschiede als Aufgaben erkennt, als gemeinsame Aufgaben und seine Ich-Vorstellung loslässt, sondern sagt, okay, wir haben hier unterschiedliche Sichtweisen, wir würden unterschiedliche Schritte tun, Du siehst das anders als ich, aber das ist unsere Aufgabe. Und jetzt nehme ich den anderen bei der Hand, physisch auch, und sage, gut, und wie gehen wir jetzt mit unserer Aufgabe um? Wir müssen ja einen gemeinsamen Weg finden. Und dadurch verschwindet allmählich das Ich und Du und wird zum Wir. Und ein Wir kann nicht mehr unterschiedlicher Meinung sein. Ein Wir will nicht verschiedene Schritte tun. Ein Wir hat einen Weg, und das ist das Ziel einer erfüllenden Partnerschaft, den gemeinsamen Weg zu finden und zu gehen. Und wenn sich die Partnerschaft erfüllt hat oder nicht mehr den Inhalt erfüllen kann, dann sie liebevoll loszulassen und nicht dann festzuhalten, aus Angst allein zu sein oder wieder aus menschlicher Unzulänglichkeit, sondern erkennen, okay, diese Beziehung hat uns so weit gebracht, mehr geht jetzt in dieser Beziehung nicht. Aber das Ende der Beziehung ist nicht das Ende der Liebe. Denn wahre Liebe hat immer nur einen Anfang und nie ein Ende. Und ist es im Lebensplan oder im Seelenplan vorhergesehen, wie viele Lebensabschnittspartner ein Mensch haben wird? Kann es auch sein, dass das nur einer ist? Oder kann es auch sein, dass es gar niemand ist? Oder mehrere. Ja, genau, alles ist möglich. Das heißt also, wir, wenn wir zu Hause sind und uns entscheiden, die Schule des Lebens zu besuchen, tun wir das ja mit einer bestimmten Absicht. Wir wollen also hier bestimmte Erfahrungen machen. Und zu manchen Erfahrungen gehört ein Partner und manche Erfahrungen machen wir mit uns. Dazu brauchen wir keinen Partner. Und wenn ich vielleicht eine Erfahrung habe, sagen wir mal, mit dem Alleinsein zurechtzukommen, ja, dann würde ein Partner stören. Dann würde ich das ganze Leben allein bleiben und würde eben konfrontiert werden mit dieser Aufgabe, dass ich vom Allein-mich-fühlen zum Alleinsein komme. Und dann war das mein Lebenssinn und dann habe ich in dem ganzen Leben keinen Partner. Dann wird uns bei uns��elt. Und dann war es wichtig, dass es doch ihr only das Wasser Occasion und eben auch das Angebot importantes. Dann sind wir also XY soweit. dass es alles Also auch irgendwie geebens kinds. Oder wir messen und nicht ab anschauen. Also dürfen wir noch einmal um den Teil noch mehr, councils aus und Phone gew Funny haben wir noch nicht überoyo. Also haben wir bis align. Untertitelung des ZDF, 2020